Willkommen zum neuen Video. Heute mal ein kleines Update. Ich habe ja gestern schon ein Video rausgeknallt, im Endeffekt, wie meine Aufstellung jetzt ausschaut. Das hat sich jetzt ein wenig geändert. Den ausschlaggebenden Punkt hat der Julian mit einem Video gegeben und jetzt werden wir uns gleich mal anschauen, was ich so gemacht habe. Herzlich Willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns an, was sich verändert hat an meiner Strategie. Der Julian hat ein ziemlich cooles Video vor dem Start gestern rausgeknallt. Ich habe mir das ganze überlegt. Gestern, den Tag lang, ich habe mich zusammengesetzt mit einem Freund von mir und wir haben darüber diskutiert und haben mir gedacht, okay, wäre auf alle Fälle, macht auf alle Fälle sehr viel Sinn, was er da gesagt hat. Im Endeffekt, was er gesagt hat, ist folgendes. Er würde, da der DUSD-Pool sehr extreme Slippage hat, beziehungsweise extremes Gap hat und der DUSD im Moment high-priced ist und günstig DeFi einkaufen kann, wäre es eine gute Möglichkeit, sozusagen DUSD zu minten und sich günstig DeFi zu kaufen und diese in den Wald zu packen. Und man denkt, okay, ich habe ja die Positionen gestern, waren ja folgendermaßen ich habe Tesla, einen Tesla-Pool gehabt und ich habe einen größeren DUSD-DeFi-Pool gehabt. So, und dahingehend habe ich ja schon sozusagen die Hälfte günstig DeFi gekauft, da ich mir nur DUSD gemintet habe. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt probiere ich das Ganze mal aus und dann habe ich den ganzen Pool aufgelöst und mit den restlichen DUSD dann wieder DeFi gekauft. Und im Endeffekt habe ich dann sozusagen 8800 DeFi gekriegt mit einem Lohn von 29.000 Dollar. So, ich habe eine kleine Aufstellung gemacht in Excel-Tabellen und da kann man jetzt schon sehen, wie viel Profit sozusagen mit dieser Position schon vorhanden ist und welche Möglichkeiten man jetzt damit hat, wenn man zum Beispiel den Profit saved oder, wie ich das jetzt mache, eher auf längeren Zeitraum sozusagen eine Wette habe. Anders, also mit Möglichkeit 1 wäre es safer, da hat man sozusagen den Gewinn safe, sobald sich der Pool sobald der Pool stabil ist. Und mit der anderen kann man das über DeFi halt leveragen, wenn man auf einen höheren DeFi-Preis spekuliert, so wie ich das mache. So, ja, es hat sich geändert. Im Endeffekt, die USD-Pool ist nichts mehr da. Ich habe sozusagen das, was der Julian gesagt hat, gemacht. Das heißt, ich habe den großen Pool von 29.000 Dollar dann DeFi gekauft und diese als kollateral wieder hinterlegt. Dann, das heißt, meine Besicherung ist dann sozusagen wieder gestiegen und dann haben wir einfach einen neuen Lohn genommen von circa 16.000 Dollar im Moment und habe einen SPY, einen S&P 500 Pool gemacht. Genau, das heißt, ich habe jetzt halt eigentlich Pools, was ich so habe, nur mehr Stock Exposure. Das heißt, Dollar und Tesla und Dollar und S&P 500. Ein bisschen was ist im Wallet drinnen schon, circa 100 DeFi. Wunderbar. Gehen wir runter auf den Wallet, der ist jetzt abgesichert. Also, der habe ich geändert auf 150% Lohnscheme und 5% Zinsen, denn was man also als Kredit sozusagen zurückzahlen muss, was man mehr zurückzahlen muss. Genau. So, so schaut es jetzt im Moment aus. Das heißt, sehr viel Dollar, dann S&P 500 und Tesla. Der Rest ist DeFi. Im Moment haben wir schon verdient. Ich habe zwar schon über den Tag gestern ein bisschen was wieder in den Wallet reingesteckt. Jetzt seit über Nacht sind wir ungefähr bei 100 DeFi. So, was verdienen wir jetzt mit dem ganzen Spaß? Vorher im Bitcoin DOSD Pool mit knapp 170.000 haben wir ungefähr 70 DeFi pro Tag gekriegt. Jetzt kriegen wir zwischen 90 und 110 sowas. Es schwankt immer ein bisschen natürlich. Es ist jetzt, kommen auch mehr Leute rein. Aber so ist es eigentlich schon recht stabil. Gestern auch schon gewesen und über die Nacht. Ja, wenn wir hier ein paar Wochen bleiben, wäre das schon mal auf alle Fälle ziemlich gut. So, hier sind wir jetzt bei 90 DeFi. Was cool ist, vor allem, man muss beachten, das ganze Kapital arbeitet nicht. Im Moment arbeiten ungefähr 60.000 sozusagen. Gehen wir mal rein. Hier sind wir bei 25.000 und hier haben wir 16.000. Das heißt, im Gesamten sind wir bei knapp 40.000, was sozusagen hier arbeitet. Und wir kriegen mehr wie im Bitcoin DOSD Pool. Das passt. Zusätzlich eben haben wir noch eine sehr sexy Leverage-Position. Auf die gehen wir gleich ein. So, es wäre in der Woche circa 3.000 und im Monat 13.000. Klar, das ist jetzt nicht wirklich akkurat. Wir werden sehen, wenn das so bleibt, dann dürfte es passen. Aber es wird wahrscheinlich noch droppen. So, was habe ich im Endeffekt jetzt gemacht? Vorher haben wir ja, also Startkollateral waren ja diese 35.680. Das, was jetzt hat mehr drinnen ist, das sind jetzt schon die Rewards, was ich so gekriegt habe gestern, habe ich dazu reingeknallt. Und die DOSD, die was man so on top oben draufkriegt, mit denen habe ich dann auch wieder günstig DeFi gekauft und auch wieder reingeknallt. So, das Kollateral jetzt zum Start sozusagen ist dann diese 35.712 und ich habe ja eben einen DOSD DeFi Pool gehabt mit 29.000 Dollar. Das seht ihr im letzten Video von gestern, genau. Da war dieser Wert circa 29.000 Dollar groß, diese Position. So, was ich jetzt gemacht habe, ist folgendes. Ich bin also raus aus dem Pool, dann habe ich ja die Hälfte schon DeFi gehabt. Mit der anderen Hälfte DOSD habe ich mir wieder DeFi gekauft und bin dann rausgekommen bei 8.800 DeFi zusätzlich. So, die was dann einen Wert haben von direkt schon 42.400. Muss man nochmal bedenken. Das heißt, hier haben wir einen Profit jetzt schon von 13.400 Dollar nur durch die Aktion, das was uns der Julian gesagt hat. Klar, das habe ich schon vorher gewusst, aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich dann sozusagen die DeFi wieder zurück als Kollateral stecke. Das heißt, jetzt das Kollateral ist nicht mehr 35.700, sondern 44.700 knapp. Das heißt, der Kollateralwert ist jetzt gestiegen auf über 215.000 Dollar. So, das war der Zielpreis sozusagen, da wir ja das Ziel von einer Mille haben, sozusagen, wäre der Zielpreis mit dem alten Kollateral 28.50 Dollar. Wie schon in einem der letzten Videos angesprochen. Genau. Und jetzt ist der Zielpreis nur noch 23.05 Dollar. Da habe ich schon diese 29.000, die was ich sozusagen als Lohn dann wieder begleichen muss, mit eingerechnet. Das heißt, wir sind ganze 5 Dollar und ein paar zerquetschte sozusagen vom Zielpreis runtergekommen. So, jetzt kommen die ganzen Rewards da noch drauf, die was dann sozusagen jetzt über Zeitung dazukommen. Das verringert unseren Zielpreis noch weiter von dem her. Und genau, das war nachher. Und es wird dann immer wieder mal Updates geben, sozusagen, wie diese Leverage-Position läuft. Natürlich, wenn der Preis steigt, dann verändert sich hier der Profit des Leverage extrem. Ja, ziemlich krass. Genau. Und so schaut es aus. Hier tragen wir dann den aktuellen Preis jedes Mal ein, wenn wir Update machen. Der Rest ist jetzt in Tesla und S&P 500. Sind circa knapp 41.000, was da sozusagen für uns arbeitet und Rendite generiert. Ist alles gemintet, ist nichts gekauft. Wir haben sozusagen auf jeder einzelnen Position jetzt die bessere Variante gewählt. Das heißt, diejenigen, die was kaufen, zahlen mehr. Die müssen zuerst durch den DUSD-Pool durch und dann teuer die Aktien kaufen. Wir haben uns alles gemintet. Wir haben hier ein Schnäppchen gemacht. Wir haben 8.800 DeFi zu einem Spottpreis gekriegt. Nächste Variante bei folgendem ist. Das heißt, ihr tauscht das Ganze in DeFi. Also ich kann das jetzt in DeFi als Kollateral einfach drin lassen. Oder was die safere Variante wäre, man könnte ja die DeFi, die man hier jetzt gekriegt hat, im USDC-Pool in USDC umtauschen. Und dann habe ich diese 42.000 safe und kann diese dann als Kollateral hinterlegen. Das wäre sozusagen die safe Variante, um sozusagen ziemlich fix diesen Profit zu einzuheimsen. Genau. Und wenn es um das Kollateral geht, es wächst nicht so schnell. Aber es hat, wenn es um die Downside geht, natürlich auch weniger Risiko, da ja jetzt 42.000 sozusagen ein Stablecoin drin ist. Auf alle Fälle auch nicht schlecht. Da stabilisiert man sozusagen seinen Vault noch ein bisschen mehr. Und wenn das Ganze dann, wenn der DUSD-Pool stabil ist, kann man sich den Profit direkt abholen. Eine echt geile Geschichte. Ich persönlich gehe jetzt mit den DeFi, da ich, wie gesagt, jetzt noch mit einem höheren DeFi-Preis rechne. Und mit höherem DeFi-Preis wird dieser Profit, dem was wir machen, immer größer. Und jetzt werden wir schauen, was diese 8.800 DeFi über Zeit, wenn wir wirklich 10, 15, 20 Dollar dann approachen. Unsere Ausgaben sind diese, 29.000. Aber mit jedem Dollar, was der DeFi-Preis steigt, ist mein Leverage in der Position viel höher. Genau. Er kann richtig krass werden auf alle Fälle. Diejenigen, die was diese Chance noch nutzen möchten, keine finanzielle Beratung, Binstink DeFi einzuheimsen und dann sozusagen als kollateral zu hinterlegen oder in USDC zu tauschen, direkt den Profit schon zu haben und in den Vault zusätzlich noch reinzupacken. Hat man sozusagen, sobald der andere Pool stabil ist, direkt am Profit. Gut, das war's sozusagen. Wie schaut's bei mir im Vault aus? Genau so. Wir sind jetzt bei 217.000, Absicherung 322%. Der Lohnsteam ist geändert worden und ich schaue immer so, dass ich so bei 300, 320, 330% bin. Und so fühle ich mich jetzt immer gut. Da kann ich auch, sagen wir mal, ruhig schlafen. Da passiert eigentlich nicht viel und ja, da bin ich eigentlich ziemlich safe. Und falls jetzt wir krasse Drops sehen würden, dann würde ich einfach stückweise die Pools ein bisschen verkleinern und den Lohn einfach wieder begleichen. Kein Problem. Falls wir jetzt wirklich wild droppen würden, dann müsst ihr natürlich auch aufpassen auf meine Leverage-Position, denn um das zurückzuzahlen, muss ich sozusagen die DeFi wieder tauschen in den DUSD, um es zu begleichen. Also ich würde dann eher sagen, ich werde den Wert ein bisschen im Auge behalten. Und falls wir uns an diesen Wert annähern, würde ich es einfach in USDC tauschen, derweil und einfach so sozusagen die mögliche Downside aufheben. Genau. Da ich sozusagen dann in den Stablecoin drinnen bin und dann ist diese Position sozusagen auf Pause. Es kann nicht mehr wirklich viel passieren, bis der andere Pool eben stabil ist und dann kann ich mir trotzdem vielleicht einen kleinen Profit abholen. Genau. Also ist eigentlich ziemlich risk-free im Moment. Auf alle Fälle eine coole Sache. Gut. Das war's mit dem Update. So schaut es jetzt im Moment aus. Die Zahlen schauen ziemlich gut aus. Es geht ganz schön was ab im Moment. Viele Liquidationen auch auf der Chain. Man kann sich das anschauen. Es ist echt krass was da abgeht. Ich habe mir jetzt ein bisschen eingefuchst in das Thema Vaults rauskaufen. Ist auf alle Fälle ziemlich nice. Man kann hier in Badges bieten. Das Blöde ist teilweise bei gewissen Vaults, die haben hier zum Beispiel diese Assets drinnen. Das heißt im Gesamten 24.000 an Assets. Und 16.000 hat derjenige sich hier rausgenommen. Man kann jetzt, ich denke mal das läuft so, derjenige, der ist der Owner von dem Vault und er wird den Vault auch behalten. Man kauft sich in diese Patches ein. Das heißt man kauft zum Beispiel, man bezahlt diese Tesla oder man bezahlt diese Tesla oder Google und so weiter. Wenn man jetzt Glück hat, ich schätze mal, dass es so ist, 100% weiß ich es nicht. Wenn man jetzt Glück hat, dann wird hier eins rausgekauft sozusagen. Also diese Auktionen laufen durch, ohne dass jemand bietet und einer kauft raus. Und dann hat man sozusagen diese Tesla ausgelöst und dann ist das Ratio wieder über 150% und das hat man dann noch. Wenn man jetzt das Pech hat und dass da jemand auf alles bietet, dann ist alles weg. Das finde ich jetzt, also weiß ich jetzt nicht 100% ob das so läuft. Sagt es mir gerne, ob ihr wisst, ob das so läuft. Ich weiß genau, man kann hier auf entweder das, das, das oder alles bieten. Ob derjenige den Vault behaltet, ob man alles verlieren kann oder ob zum Beispiel jetzt nur Gebote entgegengenommen werden und eins von denen sozusagen dann wirklich rausgeknallt wird, bis der Vault wieder auf grün ist. Oder ob man, wenn man Pech hat, dass alles weg ist. Das wäre natürlich fatal auf alle Fälle. Wenn jemand genauere Informationen zu dem hat, ich weiß es nicht ganz genau, bitte gerne in die Kommentare. Gut, und das war's also für das Video. Behaltet euer Ratio auf alle Fälle im Auge. Es ist super wichtig, dass man hier nicht komplett durchdreht. Scheißt dabei einmal auf die hohen Renditen, macht es lieber safe. Denn wenn es einmal dezente 24k in den Sonn setzt, dann tut das auf alle Fälle weh. Gut, das war's wirklich mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn euch eure Videos gefallen, gib mir gerne ein Like auf das Video. Und vergesst den Channel zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.